Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, 28. September 2017. Die Geek Talk Daily 213 haben wir schon zusammen. Heute habe ich die folgenden Themen mit für euch dabei. Twitter 280, Dyson Pferd, Google und Amazon, Google Doodle Spiele, wertvollste Marke 2017, Office 2019 und iPhone X Nordics Flaschenhals. Beginnen wir doch gleich beim Google, meinem allerliebsten dieser ganzen Social-Media-Kanäle, die es mir immer schwieriger machen, es zu lieben. Denn nach dem Aufbohren von Video mit rein und Bilder mit rein und Links mit rein und 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 kommen jetzt auch noch mehr Zeichen. Zumindest wird das Ganze getestet bei vereinzelten Leuten. Ich hoffe, dass das nicht ausgerollt wird. Weil wer sich nicht in 140 Zeichen ausdrücken kann, der kann sich auch nicht in 280 Zeichen ausdrücken. Und wer den Schnabel zu halten hat, hat das auch. War das jetzt böse? Nee. Ja. Dyson wäre das nächste Thema. Uns bekannt von Föns, von Staubsaugen etc. Hand, Trockenelemente, Gadgets, Gedöns, Zeugs. Und die möchten jetzt bis im Jahr 2020 ein eigenes Elektroauto an den Markt bringen. Na dann, ich bin gespannt und freue mich schon darauf, das Ganze dann mal testen zu können und nicht nur in der Wohnung rumzukurfen. Bei Google und Amazon gibt es Beef. Die beiden mögen sich einander wieder mal nicht. Hat unter anderem ein bisschen damit zu tun, dass Amazon natürlich seinen neuesten, ja, wie heisst das Teil, Sprachassistenten auf den Markt bringt. Und Google findet das nicht immer ganz so lustig. Und deshalb machen sie das, was andere, die grossen Firmen immer tun, sie machen sich das Leben schwer. Sprich, YouTube wird nicht wiedergeben und ansonsten auch noch das eine oder andere. Es könnte so viel schöner sein, wenn man einfach ein bisschen miteinander wird, statt gegeneinander. Aber ja, dann gibt es bei Google, die Google Doodles. Die Doodles, das sind die Dinger, die ob im Suchfeld sind, diese, die teilweise immer wieder mal neu sind und einen Tag angepasst etwas drin haben. Im neuesten Google Doodle gibt es 19, die besten Spiele der 19 Jahre. Da findet ihr das eine oder andere Spiel, das sicherlich euch auch gefällt. Geht doch mal schauen, wir haben einen Link dazu bei uns auf daily.tiktok.ca in den Shownotes. Gestern nicht reingenommen, habe ich ein Thema, wo darin stand oder wo darin vorgekommen ist, dass Microsoft nun in die Top 3 gehört der erfolgreichsten Unternehmen. Wenn man das Ganze ein bisschen genauer studiert hat, hat man auch die Nummer 2 gefunden. Das war Google und die Nummer 1 ist nach wie vor Apple. Die wertvollste Marke, die es aktuell auf dem Planeten so gibt. Mal schauen, wie es dann nächstes Jahr ausschaut. Nächstes Jahr ist ja 2018. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, denn 2019, also nicht das Jahr, sondern die Version, kommt im nächsten Jahr raus. Genauer gesagt, Office 2019 von Microsoft. Das soll wahrscheinlich auch wieder ein bisschen eine längere Haltwährungszeit haben. Deshalb schon im 2018. Die 2019er. Macht ja Sinn, wenn man Software ein bisschen länger behalten möchte. Die 2011er Version hat es ja einige Jahre gehalten, zumindest auf der Mac-Seite. Dann das letzte Thema, was ich noch da rein habe, ist das Apple iPhone X. Das mit dem X am Schluss, was nicht ausgesprochen wird. Da hat man ja gemunkelt, dass es einen Flaschen, also dass es einen Produktionsengpass geben könnte, dass so viele Bestellungen reinkommen, die Apple gar nicht nachliefern könnte. Und immer wurde gesagt, dass da Samsung in Anführungs-Schlusszeichen schuld sei, weil sie zu wenig von den Displays liefern können oder könnten oder das künstlich verknappen, wie auch immer. Dem ist anscheinend nicht so. Schuld an der Verknappung oder an dem Flaschenhals wird sein, die Kamera, die da drin verbaut ist. Warum das genau so ist, das könnt ihr nachlesen im Beitrag für diejenigen, die es interessiert. In diesem Sinne, das ist sie, die letzte, zweitletzte Folge in dieser Woche. Ich bin noch ein bisschen für euch da, morgen wieder und ja, freue mich, wenn ihr dann auch wieder reinschaltet und natürlich auch auf eure Rückmeldung. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören und euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.